Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Stellaris und jo, willkommen hier zurück zur Vereinigten Stellaren Republik. Wir haben hier eine Entscheidung vom Ende der letzten Folge für diese Folge da stehen lassen, weil wir schon überzogen hatten. Und ich wollte mir nochmal überlegen, wie wir hier vorgehen. Die Wesen, also diese Weltraum-Amöben, da könnten wir sagen, dass wir sie faszinierend finden und irgendwie sie erforschen weiter. Und was ich aber für uns irgendwie passender finde, ist diese Koexistieren-Geschichte, wo wir sie auch erforschen können, aber sie auch nebenbei befrieden könnten. Was ja auch zu unserer Xenophilen-Ader als Reich passt. Deswegen nehmen wir, wir können lernen zu koexistieren. Das finde ich interessant, das nehmen wir. Dadurch haben wir jetzt auch natürlich Einfluss gewonnen, was ja auch sehr wichtig ist. Und wir gucken nochmal, erst Kontakt beendet. Da müsste es jetzt ein Forschungsprojekt geben, Befriedung der Amöben verfügbar. Etwas an unseren Flotten scheint die Weltraum-Amöben zu verärgern. Wenn wir isolieren könnten, was genau es ist, könnten wir die Aggression der Amöben nutzen. Oder möglicherweise unsere Schiffe vollständig vor ihnen verstecken. Oh, 135 Monate. Ja, wir machen das mal. Oder ist es fast zu Ende? Wie sieht denn die Forschung aus momentan? Ähm. 138 Monate verbleiben. Ja, das ist es, wenn man fünffache Geschwindigkeit nimmt. Es dauert alles ein bisschen, aber das haben wir ja bewusst gemacht. So, also erforschen. Wollen wir gerne mal kennenlernen? Gucken wir uns mal an. Und, was stand eigentlich noch an? Wir sind hier, also unsere Forschungsschiffe sind unterwegs. Das passt. Ähm. Die Mekong wartet hier. Das andere Konstruktionsschiff arbeitet auch schon. Ja, dann gehen wir mal ins Halak-System. Und lassen mal entspannt laufen. Ich würde danach mal dieses System, also erstmal erkunden. Dann nehme ich mal das hier und dann geht es mal hier hin. So. Und ja, dann lassen wir mal laufen. Und gucken uns das an. Bin mal gespannt. Anomalous readings registriert. Wir haben im Fangnau-System wieder eine Anomalie gefunden. Hier ist ja echt was los. Mariana de la Vega ist da. Ist für sie eine Routine. Ist, glaube ich, auch wieder hier im Asteroidengürtel. Ne, genau. Durch den Trümmergürtel von um 1337394 treibt eine ungewöhnlich durchdachte geometrische Mineralienkonfiguration, die womöglich von Alien stammt. Ja, dann erforschen wir das mal. Gucken wir uns das mal an. So. Und im Konviab-System ist Yiyang auch auf eine Anomalie gestoßen. Das müsste hier oben irgendwo sein. Genau. Schauen wir uns das mal an. Ähm. Bei diesem, bei dieser giftigen Welt ist das. Trotz der Giftstoffe und des hohen Drucks in der Atmosphäre dieses Planeten haben wir auf seiner Oberfläche starke Lebenszeichen erkannt. Okay. Dann ist eine Routineangelegenheit für unseren Offizier. Dann erforschen wir das auch mal. So, in Halak sind wir auch schon fast durch. Okay. Feine Sache. System Survey concluded. So, perfekt. Und damit wir hier das hier mal Grabung abbrechen steht hier. Ah, okay. Wir müssen das hier besiedeln. Okay. Dann fangen wir auch schon mal damit an. Wir bauen eine Sternenbasis und gucken uns das hier nochmal an. Was uns, was für eine Überraschung hier die Suche nach dem Rubrikator für uns birgt. Bin ich mal gespannt. Fangen wir mal an. Die wird konstruiert. So, was haben wir denn hier jetzt herausgefunden in dieser giftigen Welt? Conviyab 3 mag zwar für die meisten bekannten Lebensformen giftig sein, aber trotzdem gibt es in seiner Hochdruckatmosphäre eine üppige Ökologie. Das Leben hier verwendet anstatt Wasser Ammoniak. Oha, interessant. Es hat sich in vielerlei Hinsicht deutlich anders als zuvor etablierte ökologische Modelle entwickelt. Sein Studium würde unserem Wissen über Xenobiologie sehr zugutekommen. Jo, wieder drei Sozialforschungen hier möglich. So, hier warten wir ja noch auf, dass das System zusammengeschlossen wird, also angeschlossen wird. So. Okay. Einem Bericht der VSS-Newton-Besatzung nach war ihre Mission ein Fehlschlag. Wissenschaftsoffizier Mariana de la Vega hat angeblich die manuelle Kontrolle über die Sonde übernommen, um eine Probe aus dem Mineralhaufen zu nehmen. Dies führte zu einer leichten Kollision zwischen Sonde und Mineralhaufen, durch die er vollständig auseinanderbrach. Die Besatzung fügt vorsichtig hinzu, dass diese Erfahrung Wissenschaftsoffizier Mariana de la Vega einigermaßen erschüttert hat und dass die Mineralsplitter immer noch recht wertvoll sein sollten. Seine Einzelteile entsprechen der Summe seiner Einzelteile. Aha. Wir könnten sie könnte die Eigenschaft sorglos erhalten und wir erlangen 1173 Mineralen. Solche Fahrlässigkeit findet Feinig Seller Republik inakzeptabel. Sorglos und stur. Ja, kann ja mal passieren, oder? Seine Einzelteile sind halt seine Einzelteile, ne? So ist es dann nun mal. Entscheinen wir mal so. Noch ein bisschen storytechnisch. Natürlich hätte ich auch gerne diese 100 Erfahrungen mitgenommen, aber was soll's. Wir haben im Al-Gol-System wieder eine Anomalie entdeckt. Hier und zwar in der Umlaufbahn dieses Mondes finden sich große Mengen von Schiffstrümmern. Möglicherweise die Überreste einer gewaltigen Weltraumschlacht. Jo, gerne mal erforschen. Und was ich noch mal schauen wollte ist, was heißt denn diese Sorglosgeschichte eigentlich? Forschungsgeschwindigkeit Anomalien 35%. Jo, meinetwegen. Alles gut. Ähm, wir sind im Hallax-System ja fast durch mit der Station. Konstruktion completed. So, super. Dann werden wir hier jetzt auch schon mal gleich die Bergbaustation bauen. Und jetzt könnte man doch hier mit der Ananya Schauta haben wir denn einen Forscher, der gut ist, was Ausgrabungen angeht. Nö, dann kann sie das gerne übernehmen. Mal schauen wir uns das mal an. Das ist eine Anomalie der Schwierigkeit 1. Das kann sie doch übernehmen, oder? Wie kann ich das übernehmen? Ähm, Einflug in Orbit. So. Dann fangen wir mal an. Gucken uns das an. Wir sind mal gespannt, was da rauskommt. Auf der Suche nach dem Rubrikator. Mhm. Schon interessante Angelegenheit hier. Ja. Schauen wir uns das mal an, ne? Also, was hier so bei rauskommt, bin ich mal gespannt. So, die Merrimack hat hier die Station errichtet. Wir bauen mal alle Bergballstationen hier weiter. Und ja. Es läuft hier alles geschmuft weiter, würde ich mal sagen. So, Wissenschaftler Xuvu hat eine Stufe dazugewonnen und die Ingenieursforscherin Suri Iviala auch. Sehr schön. In Halax wird weiter geforscht. Und die Mekong ist hier durch. Wir könnten hier aber auch noch mal so Energie Credits sammeln. Das machen wir auch noch mal fertig. Wir entwickeln sich eigentlich hier unsere Schützlinge, würde ich mal sagen. Ja, noch eine primitive Welt. Vier Einwohner, alles klar. Ja, scheint zu laufen zu laufen zu laufen zu laufen. Reichshauptstadt hat Probleme, was die Jobs angeht. Wir haben immer noch Probleme so ein bisschen mit den Konsumgütern oder Legierungen, würde ich mal sagen. Deswegen bauen wir weiterhin ein Industriedistrikt. So, sehr schön. Gefechtsspur, okay. Es gibt klare Hinweise, dass sich irgendwann in den letzten 5000 Jahren im Engorbit von Algol-3a eine gewaltige Weltraumschlacht zugetragen hat. Der Mond ist übersät mit Einschusskratern. Scans der VSS Azofi haben auf den Boden mehrere Schiffsrümpfe entdeckt. Obwohl diese Schiffswracks alle in äußerst schlechtem Zustand sind, ist alleine die Tatsache, dass es trotz der Schäden, die sie erlitten haben müssen, immer noch Überreste gibt, ein Beleg für ihr fortschrittliches Design. Wissenschaftsoffizier Orson Colt bereitet eine Expedition vor, um diese verfallenen Schiffsrümpfe nach wertvollen Technologien zu durchsuchen. Alles klar, Friedrufsexpedition ausrüsten, aha. Situationlog hat been updated. Schauen wir uns mal an. Wissenschaftler mit einem Forschungsschiff muss vor Ort sein. Projekt erforschen, schauen wir uns mal an. Ja, erforschen wir mal. und dann sollte er dann natürlich hier weiter das System erkunden, nachdem wir damit durch sind. Sehr interessant. Und die VSS Newton hat Fangnauer jetzt zu Ende erforscht, sagen wir mal so. Und jetzt würden wir natürlich Wir sollten mal ja, hier mal weitermachen, System erkunden. Sehr schön. Es geht weiter, ihr Lieben. Wobei wir sind Zweier Wissenschaftler, da wird wahrscheinlich nichts mit geschafft werden. Deswegen warten wir da noch mal ab. Bis jetzt noch auf niemanden gestoßen, ne? So. Das System wollen wir haben. Con VIA wurde erforscht. Schauen wir uns mal kurz an. Nichts besonderes. Ähm. Warum sind wir eigentlich bis da nach oben hingegangen? Woran jagt das? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, machen wir mal hier weiter. System erkunden. Yang. Wobei, können wir mit ihm irgendwie eine Anomalie mit Yang auswechseln. Wobei, wird das hier nicht gerade gemacht? Gräbt archäologische Städte aus. Auswechseln. Yang. Ne, passt nicht so genau. Sehr gut. Bauvorhaben ist hier abgeschlossen. Sehr schön. Wir werden jetzt mal, ähm, hier wird ja noch gut gebaut überall. Ich würde mal sagen, dass der dort gerne bleiben kann und wir gehen mal hier hin. Bauen hier mal 75 kostet eine Sternenbasis. Warum eigentlich? War das schon immer so? Warum ist das Merk? Ah, wegen dem Präsidenten. Der ist abgestieg. Okay. Ne, dann warten wir nochmal. Fliegen da mal entspannt hier hin. So. Ansonsten, joa, warten wir mal ab, was wir noch so alles herausfinden. Okay, die, wir haben ein Ereignis an der archäologischen Stätte in Halax höchst wahrscheinlich. So, kleptomanische Ratten. Eingestürzte Gebäude, abgestürzte Raumschiffe, Klumpen von geschmolzenem Müll und Schmuckstücken deuten darauf hin, dass die ehemaligen Einwohner von Halax 5 inmitten eines verlorenen Krieges gegen einen überlegenen Feind aus ihren Häusern geflohen waren. Leichen, die ausländische militärische Insignien tragen, deuten darauf hin, dass es möglicherweise zu Konflikten zwischen Ratclans gekommen ist, die aus verschiedenen Heimatwelten stammen. Ihre Evakuierungsbemühungen wurden dadurch behindert, dass sie nicht bereit waren, ihre geschätzten Schmuckstücke aufzugeben und viele verloren ihr Leben, um völlig banale Gegenstände zu retten. Ein Artefakt scheint jedoch einen besonderen Platz in der Gesellschaft zu haben, der Rubrikator. Es scheint, dass sie lange und hart gekämpft haben, um ihn zu retten, ihn aber letztendlich zurücklassen mussten. Oha, sehr interessant, kurios. Wir machen mal weiter. Sehr interessant und sehr kurios natürlich. Graben wir mal weiter aus und Wissenschaftler Mariana de la Vega ist jetzt auf Stufe 3. Sehr schön. Erstkontakt in Heka. Oha. Wie kommt das denn hier zustande? Wie kommt das zustande? Wir haben im Heka-System Erstkontakt mit einer Mysteriösen fremden Spezies hergestellt. Vorerst haben wir ihr den Codenamen Witches gegeben, bis wir mehr über sie herausfinden konnten. Falls sie eine Sprache besitzen, müssen wir diese erst entschlüsseln, um mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Okay. Oh. Erstkontakt in Ganva? Warum haben wir hier eigentlich Erstkontakt und in Heka und fliegt hier irgendwas rum? Wir haben ein Ganva-System Erstkontakt mit einer mysteriösen Spezies. Die nennen wir Crunchers. Okay. Und im All-Gold-System Erstkontakt mit einer mysteriösen Spezies. Tutas. Okay. Interessant. Was will ich mal sehen? Was haben wir? Haben wir hier irgendwas getroffen? Nee, ne? Ja, gut. Dann schicken wir mal Gesandte aus, ne? Der Jaroslav Sorokin soll da mal gerne hin. Und hier schicken wir mal die Wenliang hin und hier dann mal die Nina Lambert. Bin mal gespannt, wen wir da alles treffen werden. So. Echt interessant. Bin mal gespannt. So, lassen wir mal weiterlaufen. Die Meldungen können ja dann weg. A special project das konkludert. Spezialprojekt abgeschlossen. Aha. Ach, das war diese Raumschiffe, ne? Das Team unter Wissenschaftsoffizier Orson Colt hat seine Expedition auf Algol 3A abgeschlossen und ist auf die VSS Azofi zurückgekehrt. Leider waren die Raumschiffracks auf der Oberfläche zu stark beschädigt, sodass keine nützlichen Technologien geborgen werden konnten. Trotzdem, diese Schiffe waren zweifellos sehr fortschrittlich. Wenn wir ihre Bauweise analysieren würden, könnten wir wichtige Erkenntnisse für unsere eigenen Schiffsbau gewinnen. Wir sollten den Bau eines permanenten Forschungsaußenpostens im Orbit in Betracht ziehen. Hier gibt's dann, also Orson Colt erhält 200 Erfahrungen und hier gibt's dann Ingenieursforschung, wenn man sie denn einfordert hier. So, weiter geht's. Vier Forschungsschiffe sind unterwegs. Ich glaub, vorerst reicht das. Wir kommen ja gar nicht hinterher. Construction completed. Mit unseren Boten. So, Bergbaustation. Ah, hier ist ja noch diese eine Anomalie, ne? Wer könnte diese eigentlich übernehmen? Unsere Vierer Forscherin noch nicht. Also müssen wir damit warten. Deswegen geht's jetzt mal endlich in dieses System. Und wir bauen hier mal einen Außenposten ein. Dann kann hier nämlich auch schon mal einer gebaut werden. Dann haben wir ja wieder an sich alles, was wir erreichen wollten ja schon mal abgedeckt. So. System Survey concluded. Algol haben wir eine tropische Welt entdeckt. Und ja, wurde auch alles erforscht. Wo ist denn diese tropische Welt hier eigentlich? Warum sehe ich die nicht? Oder habe ich falsch geguckt? Ne, die war gar nicht in Algol. ja, es muss weitergehen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Rein. Und zwei, drei. Und zwei, drei. Also ich gehe mal hier hin. Hier würde ich gerne erkunden. Schauen uns das immer an. Bis jetzt, also Jobs schaffen wir gerade auf der Erde. Und diese flüchtigen Teilchen hier zu kriegen wäre auch ganz nice. Da bauen wir jetzt deswegen die Station hin. Ja, dann nächster Punkt wäre auch mal so Sirius hier mal zu erschließen eventuell. Oh, was sehe ich denn hier? Eieiei, Leute, guckt euch das mal an. Die Tutas. Oh, ojojojojoj, hier scheint es, das Gebiet scheint irgendwie schon besetzt zu sein, ne, von den Tutas. Guckt euch das mal an. Sehr interessant. Sind das Necroiden oder sind das Vögel oder was sind das? Ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, was das für Sachen waren. Guckt uns das mal an. Sind das Raumschiffe? Fliegt irgendwas? Ne, ne? Die warten dort scheinbar. Wir erforschen mal trotzdem das System. Und was haben wir hier gebaut? Ja. Die Station. Deswegen werde ich jetzt hier die ganzen Bergbaustationen errichten lassen. Und ja, an sich eine interessante Angelegenheit hier. Wahnsinn. Tja, ihr Lieben. Sind auch schon am Ende einer Folge. Wird jetzt echt interessant. Das scheint eine Zivilisation zu sein, die uns ebenbürtig sein könnte. Und bin mal gespannt, was für Artgenossen das sind. Aber dann soweit dann in der nächsten Folge erst. Und bin auch natürlich gespannt, was es mit dem Rubrikator auf sich hat. Naja, ihr Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi. Fadi.